Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Gothic 2, die Nacht des Raben in der Livet-Edition. Wir haben in der letzten Folge ja mit einigen Leuten gesprochen, haben herausgefunden, bei welchen Meistern wir überall als Lehrling anfangen können, damit wir dann Bürger der Stadt werden, damit wir dann ins obere Viertel kommen und vielleicht irgendwann mal zu Lord Hagen vorgelassen werden. Und die Aufgabe für Torben, beziehungsweise bei Torben können wir ja gar kein Lehrling werden, aber wir können uns seinen Segen holen, den wir auch brauchen. Und diese Aufgabe haben wir in der letzten Folge erledigt, jetzt müssen wir sie quasi nur noch abgeben. Du, Torben. Deine Zustimmung. Ja. Und hast du dir auch den Segen eines Priesters Innos geholt? Ja, das habe ich. Dann sollst du auch meinen Segen haben. Für welchen Weg du dich auch entscheiden magst, verrichte dein Handwerk gut, mein Junge. Jawohl, werde ich tun. Und kannst du mir vielleicht jetzt beibringen? Kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Hm, ich weiß nicht, ob man dir trauen kann oder nicht. Am Ende bist du noch einer dieser Rumtreiber, die nur in die Stadt kommen, um den ehrlichen Leuten ihre Truhen auszuräumen. Bevor ich mir nicht sicher bin, dass du ein anständiger Kerl bist, werde ich dir nichts beibringen. Hm, okay. Das geht also nicht. Okay, dann kommen wir mal wegen Gritta. Ich komme wegen Gritta. Meine Nichte? Was willst du von ihr? Es geht doch nicht etwa um Geld. Sie schuldet dem Händler Matteo 100 Goldstücke. Das darf doch nicht wahr sein. Seit dieses kleine Miststück bei mir wohnt, habe ich nichts als Ärger. Sie hat sich bei so gut wie allen Händlern der Stadt verschuldet. Ich musste bei Lema, dem Geldverleiher, 200 Goldstücke leihen, um ihre Schulden zu begleichen. Und jetzt das. Gritta müsste im Haus sein. Nur zu, frag sie. Aber ich sag dir gleich. Sie hat nicht ein Goldstück. Wir werden sehen. Ja, das werden wir noch sehen. Gehen wir doch mal rein. Er hat uns da quasi eingeladen. Er hat gesagt, komm, geh doch rein. Diese Treppe ist im Original auch nicht vorhanden. Was ist das hier eigentlich? Ansel. Okay, den kenne ich noch gar nicht. Jetzt gehen wir aber zuerst mal zu Gritta. Die hier irgendwo sein müsste. Ach, da ist sie ja. Hallo, Gritta. Was willst du, Fremder? Wenn du gekommen bist, um zu betteln, muss ich dich enttäuschen. Ich bin eine arme Witwe. Mein Name ist Gritta. Seit mein Mann tot ist, kümmere ich mich um den Haushalt von meinem Onkel Torben. So, so. Ich komme von Matteo. Du schuldest ihm noch Gold. Er will sein Geld? Wofür denn? Er hat mir fehlerhafte Ware geliefert. Schlechter Stoff und schlechte Nähte. Hast du mal die Farben gesehen? Das sind nicht die Farben, die ich bestellt habe. Das ist Betrug. Ich sage dir, damals, als mein Mann noch lebte, hätte er sich das nicht getraut. Oh, mein armer Mann. Okay, lassen wir uns mal noch ein bisschen weiterreden. Was war er doch für ein guter Kerl. Gut aussehend, fleißig, ein Kavalier der alten Schule. Wir hatten alles. Vermögen, Glück. Manchmal wurden wir sogar eingeladen zu der feinen Gesellschaft. Das waren Feste. All die schönen Kleider und Frisuren. Das feine Essen und kultivierte Unterhaltungen. Damals war alles besser. Da hat sich niemand getraut mit so lächerlichen Forderungen. Das Herz einer armen Witwe. Äh, wir könnten sie so ewig so weiterreden lassen. Wir schieben dem jetzt mal einen Riegel vor. Schluss jetzt. Wo ist das Gold? Aber ich habe das Gold nicht. Ich bin nur eine arme Witwe. Hm, wir könnten es diesmal für sie bezahlen. Aber ich glaube, wir verkaufen lieber ihre Klamotten. Dann verkaufen wir heute ein paar von deinen Klamotten. Du hast doch bestimmt noch einen Haufen Zeug im Schrank. Und da steh dich, du Rüpel. Ist ja schon gut. Hier ist das Gold. Na also, geht doch. Verlasse jetzt bitte mein Haus. Aber gerne doch. So, das Gold von Kriter haben wir. Den Hammer stecken wir mal ein. Und die Säge auch. Bringt zwar alles nicht viel, aber... Jetzt sprechen wir nochmal kurz Torben an, wenn er schon gerade da sitzt. Okay, da wir ja von Torben noch was lernen wollen, geben wir sie lieber. Die 100 Goldstücke können wir Matteo auch so geben. Wir haben... Wir müssten noch knapp 180 haben oder so. Hier hast du dein Gold. Danke. Damit habe ich zumindest schon mal einen Teil von dem, was ich Lema schulde. Nicht zu fassen, dass sie sich an meinem Gold vergriffen hat. So. Wie sieht es denn jetzt aus mit dem Schlösser knacken? Kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Du hast mir die 100 Goldstücke gebracht. Das war sehr anständig von dir. Ich schäme mich fast dafür, aber ich muss noch mehr von dir verlangen. Wenn ich Lema nicht bald seine Schulden zurückzahlen kann, schickt er mir seine Schläge auf den Hals. Gib mir noch 100 Goldstücke und ich werde dich unterrichten. Okay. Mit Schlösser knacken kann man deutlich mehr verdienen als 100 Goldstücke. Gut. Hier sind die 100 Goldstücke. Dann können wir anfangen, sobald du bereit bist. Ich habe mir das schon gedacht. Ich bin bereit. Bring mir bei, wie ich ein Schloss knacken kann. Du brauchst nur einen Dietrich. Wenn du ihn im Schloss vorsichtig nach rechts und links bewegst, kannst du den Mechanismus aufheben. Aber wenn du ihn zu stark oder zu schnell in die falsche Richtung bewegst, dann wird er dir abbrechen. Je geschickter du wirst, desto weniger Dietriche brauchst du. Das ist eigentlich schon alles. Tja, hört sich doch relativ einfach an. Und du hast bestimmt Dietriche zu verkaufen, oder? Kannst du mir Dietriche verkaufen? Wenn ich noch welche habe? Also den Apfel kaufen wir auf jeden Fall. Wir haben noch 219 Gold jetzt. Ja. Da können wir sogar die ganzen 12 Dietriche kaufen. Und wir verkaufen ihm auch noch ein bisschen was. Und zwar die Säge, die wir von seinem Haus geklaut haben. Und den Hammer. So, das war es jetzt nochmal für den Moment. Dann gehen wir doch am besten gleich zu Matteo und liefern dem auch sein Geld ab. Beziehungsweise liefern unser Geld bei Matteo ab. Hier hast du deine 100 Goldstücke. Und? Hat sie Probleme gemacht? Keine Nennenswerten. Gut. Damit hast du deinen Teil der Abmachung gehalten. So, und jetzt hilf mir. Hilf mir, bei einem der Meister als Lehrling aufgenommen zu werden. Mach dir keine Sorgen. Ich werde mich an meinen Teil der Abmachung halten. Die anderen Meister werden von mir nur das Beste über dich zu hören bekommen. Sehr schön. So soll es sein. Und jetzt habe ich vor, euch noch eine Kleinigkeit zu zeigen. Ich hoffe, das geht in dieser Mod auch noch. Moment. Ich zeige es euch zunächst mal von der anderen Seite. Das heißt, wir gehen erstmal hier raus. Und da drüben, hinter dieser Wache, ist Matthäus Hinterhof, wo er die Ware lagert. Da steht die Wache davor. Kommen wir logischerweise nicht rein. Der lässt uns nämlich nicht durch. Aber es gibt zum Glück noch einen anderen Weg. Geht es hier hoch? Ja. So, und zwar. Das ist nicht ganz so einfach. Ich muss nämlich erstmal hier aufs Dach springen. Ja. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht allzu lange. Nein. Ah, das war es doch schon fast. Okay. Ich hoffe, jetzt klappt es gleich. Na, komm. Ähm. Hallo? Ich kann mich gerade nicht bewegen. Ich kann auch gar nichts machen, außer mich drehen. Ach je. Das heißt, wir werden einfach nochmal laden müssen. Not gedrungen. Das heißt, da werde ich jetzt auch dann die Gespräche ganz einfach durchklicken. Und werde alles wieder genauso machen, wie gerade eben. Torben. Äh. Zustimmung. Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Greta. Bla, 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 bla. Und dann auf zu Greta. Diesmal holen wir uns gleich am Anfang den Hammer und die Säge. Ja, wo ist der Hammer? Da ist der Hammer. Und Greta steht da drüben. Moment, können wir da lesen. Ja, mit kleinem Erfahrungsbonus. Mit kleinem Erfahrungsbonus. Du, Greta. Ja, ja, bla, bla, bla. Mateo. Bla, 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 bla. So. Schluss jetzt. Dann verkaufen wir mit Kermotten. So. Dann wieder Torben. Achso ja, wir haben ja noch dort. Früher Torben arbeitet ja noch. Du, Torben. Wir geben es ihm natürlich wieder. Ja, danke. Nicht zu. Kannst du mir. Du hast. Ich. Wenn ich. Gib mir. Ja. Wir geben ihm wieder. Dann können wir den Goldstücke. Und lernen, dass er knacken. Bring mir. Ich kann's. Und kaufen natürlich die Dietrich. Und verkaufen ihm wieder. Einmal Hammer. Einmal Säge. Und das war's für den Moment. Dann gehen wir gleich wieder zu Mateo. Warum er sich so aufregt. Äh. Hier. Oder Goldstücke. Keine nette. Bla, bla, bla. Hilf mir. Fertig. So. Jetzt gehen wir wieder hier hin. Und zwar. Gleich mal da hoch. Und dann werde ich hier jetzt speichern. Damit wir uns das Ganze nicht nochmal antun müssen. Zur Sicherheit gucke ich nochmal ganz kurz. Ich habe euch da öffnet. Gelernt. So. Und. Hupp. Schade. Ich hoffe, das klappt es dann gleich. Jawohl. Jetzt sind wir da oben. Und da kommen wir dann auf die Mauer. Und von der Mauer kommen wir dann hier runter. Und die Wache bemerkt uns nicht. Alle Truhe ist so schön offen. Fackel, Hammer, Zange, Laborwasserflasche. Ist egal. Wir nehmen alles mit. Kann man alles zu Geld machen. Wir können eh alles brauchen. Aber das wirklich Wichtige ist dann in dieser Truhe. Nehme ich ein bisschen Käse. Der 9% herstellt. Sehr schön. Wurst. 15%. Wow. Geil. Dann die leichte Bürgerkleidung. Und keine Rüstung. Ja, super. Kommen wir jetzt nicht wieder raus? Auf die Kiste drauf. Und dann müsste es gehen. Jawohl. Geht. Können wir ganz locker, wenn ich hier wieder runter springen. Und die Bürgerkleidung hat immerhin 10,10. Die leichte auch 10,10. Und die prächtige auch 10,10. Dann sehen wir mal die normale Bürger oder die... Ja, schauen wir doch mal an. So sieht das aus. Die leichte Bürgerkleidung sieht so aus. Und die prächtige sieht so aus. Da sie alle gleich viel bringen und gleich viel wert sind. Ich würde sagen, wir nehmen die hier. Schade eigentlich. Im Original hat es nämlich in dieser einen Kiste nämlich diese prächtige Rüstung mit Snapperleder. Die mir schon sehr gut gefallen würde. Und jetzt nehmen wir mal die Lederbeutel auf. Die wir schon gesammelt haben. Das war jetzt dann insgesamt 100 Gold. Sind also wieder bei 117 Gold. Allerdings sind wir jetzt mit den Meistern noch nicht allzu viel weiter gekommen. Also Torbens Zustimmung haben wir. Matthäus Zustimmung haben wir. So, fehlen noch drei. Vorher gehen wir aber noch mal ganz kurz hier rein zu... Wer ist wieder? Alvin? Anselm. Entschuldigung. Und das ist ein neuer NPC. Den kenne ich noch gar nicht. Sprechen wir ihn einfach mal an. Ah, ohne Worte. Okay, er hat Bücher. Oh, 5000. Ja, das gibt einen Bonus auf Einhandwaffen. Das werden wir uns irgendwann auch noch kaufen. Alvin? Lädt das Buch mit... Das Buch lädt das Kämpfen mit einer Zweihandwaffe. Das ist quasi das Pendant zur südländischen Verteidigung. Wo ist es denn da? Schlacht um Varand. Götthanas Lyrik. Lernen der Götter. Ja gut, nichts, was wir jetzt brauchen. Meine Meinung will ja keiner hören. Ansonsten... Ja, gut, gibt's hier jetzt eigentlich nichts. Äh, trotzdem ist der Buchladen neu. Ah, da können wir vielleicht ein bisschen was lesen. Allerdings ohne Erfahrungsbonus. Schade eigentlich. Das ist mal wieder typisch. Ansonsten... Nichts Wichtiges für uns hier drin. Das habe ich schon mal gesagt. Was stand da? Weisheit der Vorfahren. Ah, ja. Okay, dann... Haben wir ja... Da vorne bei Vatras und so... Und auf dem Marktplatz in der Kassandra schon... Wo wir aber noch nicht waren... Ist das Hafenviertel. Da gehen wir doch auch nochmal ganz kurz hin. Denn... Ähm... Wir sollen ja auch Laris sprechen. Die Macht der Götter. Aha. Selivan ist auch... Das ist auch neu. Zeig mir deine Ware. Was hat er denn im Angebot? Ja, schon ein paar schöne magische Sachen. Sachen, die man auch dann als Magier braucht. Dann diverse Zeit... Äh... Zeit... Zaubersprüche natürlich. Windfaust, Wolfhofen... Schaf... Äh... Moment, was war das hier nochmal? Golem erschaffen. Monsterschrumpf ist auch... Relativ... Äh... Nützlich. Ansonsten... Ja, also eigentlich... Gar nichts so schlechte Sachen. Nur eben im Moment nichts für uns. Und kann hier nirgendwo was mitnehmen. Selbst wenn man wollte... Wir könnten ihn gar nicht bestäden. Beklauen. Dieses Haus kenne ich so auch noch nicht. Was ist denn das für ein Haus? Den Götterners? Hallo? Jemand zu Hause? Scheinbar nicht. Hm. Okay. Und da geht's wohin genau? Da hab ich da gerade eben noch was... ...gegesehen. Moment. Das Haus hat ja doch zwei Stockwerke, oder? Oder bin ich da jetzt gerade ganz falsch? Aber keine Treppe nach oben. Okay. Schauen wir mal auf der anderen Seite raus. Das ist nur ein Balkon. Okay. Gehen wir wieder durch. Geht's dann wohl irgendwo an der Seite hoch, wahrscheinlich? Oder doch nicht? Ja, oder genau da geht's noch hoch. Schauen wir uns auch mal um. Das hat auf jeden Fall einen Herd. Aber ist auch kein Mensch daheim. Wir werfen mal einen Blick in die Kuh. Ein Gold und drei Pfeile. Das lassen wir einfach drin liegen. Weil so nötig haben wir's dann doch nicht. Womit denn? Am Herd könnten wir kochen, wenn wir denn was zum Kochen hätten. Haben wir aber nicht. Wobei mir wieder einfällt, wir müssen natürlich noch lernen, wie man quasi Fleisch... Ähm... Aus Krieg, da fängt mir einer ein, der uns vielleicht das lehren könnte. Falls er denn da ist, wo er sein soll. Da ist er ja. Alvin! Junge, das Gehämmer von diesem Irren macht mich total fertig. Wen meinst du? Wirst du nicht das hämmern? Wer hämmert denn den ganzen Tag im Hafenviertel? Ich meine den Irren Fellahn. Der hämmert jeden Tag an seiner Hütte herum. Ähm... Ja, ich könnte mich um ihn kümmern. Ich könnte mich um Fehlahn kümmern. Du willst mir helfen? Was hast du davon? Sag du's mir. Ach so sieht's aus. Na gut. Wenn du es schaffst, dass er mit dem Gehämmer aufhört, zahle ich dir 25 Goldstücke. Aber eins sag ich dir gleich. Mit dem Kerl kannst du nicht reden. Der ist irre. Da helfen nur ein paar ordentliche Schläge. Ja gut, aber wenn ich jemanden verprügle, dann kriegst du Ärger, oder? Wenn ich ihn verprügle, bekomme ich doch Ärger mit der Miliz. Hier im Hafenviertel kümmert sich keiner um Schlägereien. Nur wenn du hier was klaust oder dich an den Schafen vergreifst, bekommst du Ärger. Okay, dann wir schauen mal, was wir machen können. Ich werde sehen, was ich machen kann. Du kannst es dir ja noch überlegen. Denke daran. Ich zahle dir 25 Goldmünzen. Okay, und das war die Schafe erwähnt, ne? Sind das deine Schafe? Mir gehört nur das eine, das auf den Namen Lucy hört. Das ist meine Frau, die Lucy. Die Schafe gehören der Miliz. Alle Schafe, die sie von den Bauern einkassieren, bringen sie zu mir. Aha. Und? Und? Was machen die Schafe? Das Gehämmer von Fehlern macht sie noch verrückt. Irgendwann werden sie völlig durchdrehen. Okay. Ich hätte jetzt geloft, dass er mir beibringen kann, wie man Tiere ausnimmt. Noch weiter. Tiere ausweiten gelernt. Ist jetzt die Frage, können wir damit auch Fleisch von Tieren holen? Wäre ja fast mein Versuch wert. Aber ich wollte vorher noch woanders hin. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufgekackt hat. Ah, okay. Das Hafenbänken ist so auch neu. Ich besuche nämlich den bestimmten Menschen. Nämlich den, der da vorne steht. Es müsste Laris sein. Zu dem sollen wir ja hin. Von Vatas geschickt. Ich werde verrückt. Was machst du denn hier? Laris war in Teil 1 Chef der Banditen im neuen Lager. Und wir tun mir wieder so, als ob wir ihn nicht kennen würden. Sind wir uns schon mal begegnet? Mann, du kannst sie nicht mehr an mich erinnern? Ich habe mich im neuen Lager rumgetrieben. Die Liste für die Mine. Mann, wir hatten echt eine Menge Spaß. Erinnerst du dich dann noch an Lee? Ähm... Lee? Lee? Du hast wohl eine Menge mitgemacht, was? Lee war der Anführer der Söldner im neuen Lager. Ich bin damals mit ihm aus der Kolonie abgehauen. Kurz nachdem die Barriere zerstört wurde. Er ist jetzt mit seinen Jungs auf dem Hof von Onar, dem Großbauern. Er hat einen Deal mit dem Bauern gemacht. Er und seine Jungs verteidigen den Hof und Onar füttert sich dafür durch. Aha. Ähm... Zunächst mal... ...wollen wir ja was lernen. Kannst du mir was beibringen? Genau. Wenn du willst, helfe ich dir geschickter und stärker zu werden. Zunächst mal brauchen wir ein bisschen was an Geschick. Bring mir was bei. Und zwar... Fünf Geschicklichkeit bitte. Damit... Du hast schon etwas an Geschicklichkeit gewonnen. Ja. Damit können wir jetzt nämlich den, ähm... ...kleinen Bogen und den Degen anlegen, wenn ich mich nicht irre. Schauen wir gleich mal nach. Den Degen können wir jetzt anlegen, jawohl. Und den Kurzbogen. Sehr schön. Jetzt können wir nochmal ein bisschen was mit Laris reden. Und zwar... ...wüsste ich gerne mehr über Lee und seine Söldner. Erzähl mir mehr über Lee und seine Söldner. Was willst du wissen? Alles. Erzähl mir mehr über die Söldner. Also wenn du noch so ein harter Junge bist wie damals, solltest du mit ihnen keine Probleme haben. Die meisten von ihnen sind Raufbolde. Und wer sich nicht durchsetzen kann, kommt auch nicht weit. Wenn du zart beseitet bist, hast du keine Chance bei ihnen zu landen. Ja, wir werden noch sehen, ob wir ihnen überhaupt landen wollen. Auf jeden Fall, wir werden alle Aufnahmequests erledigen, bis auf das Kloster. Denn das kostet mir zu viel. Das ist doch alles nur geregelt. Und... Wir werden... Also ich habe ja vor euch entscheiden zu lassen, welcher Fraktion wir uns in den Söldnern anschließen. Gehen wir zu den Söldnern auf dem Hof. Stehen wir uns der Miliz an. Oder dem Magier, dem Kloster der Feuermagier. Obwohl Feuermagier für die Skillung, die ich vorhin habe, nicht unbedingt so super geeignet ist. Deswegen würde mich jetzt mal interessieren, warum Laris eigentlich hier ist. Der ist nicht auf dem Hof. Warum bist du nicht bei Lee und seinen Söldnern? Bin ich doch. Nur eben nicht auf dem Hof. Ich bin sozusagen unser Vorposten in der Stadt. Wir wollen ja schließlich nicht, dass das Schiff ohne uns abfährt. Richtig, wollen wir nicht. Er redet natürlich vom Schiff der Paladin, ne? Von welchem Schiff hast du geredet? Es liegt am Hochseehafen, hinter den Felsen. Lee und ein paar von seinen Leuten wollen unbedingt hier weg. Aber das kann noch dauern. Warum? Das fragst du am besten Lee, wenn du ihn triffst. Er hat Pläne. Oha, Pläne? Und wie komme ich eigentlich zu Lee und seinen Söldern auf den Hof des Großbauern? Wie komme ich zum Hof des Großbauern? Es ist ganz einfach. Du gehst aus dem Osttor der Hafenstadt und dann immer auf dem Weg in Richtung Osten. Ich kann dich hinbringen, wenn du willst. Ja, aber nicht jetzt. Denn vorher will ich vielleicht noch gerne mit den Paladinen reden, wenn es geht. Ich muss unbedingt mit den Paladinen reden. Was willst du denn von denen? Sie haben ein mächtiges Amulett, das Auge Innos. Ich muss es haben. Und du denkst, sie werden es dir geben? Du kommst ja nicht mal ins obere Viertel. Ich werde schon einen Weg finden. Klar, wenn du dich bei den Bürgern einschmeicheln oder Laufbursche für die Miliz spielen willst. Warum die Paladine hier sind, weiß ja auch noch keiner so richtig, ne? Weißt du, warum die Paladine hier sind? Das weiß keiner so genau. Viele denken, es wäre wegen der Orks. Aber ich denke, es gibt einen anderen Grund. Hat wahrscheinlich was mit der alten Strafkolonie zu tun. Hm. Tja. Das werden wir noch herausfinden, denke ich. Ähm. Ich habe übrigens mit Vatras geredet. Vatras schickt mich. Er sagt, ich soll zu dir kommen, wenn ich Hilfe brauche. Ach, bei Vatras warst du also auch schon. Du musst ja einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen haben. Sonst hätte er sicherlich nicht so bereitwillig meinen Namen genannt. Vor allem nicht, weil die Sache mit den verschwundenen Leuten immer noch nicht geklärt ist. Sag mir, was du brauchst. Ähm. Zunächst mal das Ornament. Vatras gab mir dieses Ornament für dich mit. Er sagt, er soll zurückgebracht werden. Ach, natürlich. Es bleibt mal wieder an mir hängen. Hätte ich mir hier denken können. Ich muss damit über die halbe Insel rennen, um es den Wassermagiern zu bringen. Ähm. Das könnte ich doch übernehmen. Ich glaube, es ist besser, wenn ich es selbst überbringe. Aber du könntest mich begleiten. Doch ich komme hier im Moment nicht weg. Ich muss den Hafen im Auge behalten. Okay, warum? Was genau machst du hier im Hafen? Darüber kann ich nicht reden. Vatras würde mir den Kopf abreißen. Was hast du eigentlich mit Vatras zu schaffen hat, ist klar, denke ich, oder? Dürfte klar sein inzwischen, ne? Was hast du eigentlich mit Vatras zu schaffen? Ich hab da so ein kleines Abkommen mit den Wassermagiern, verstehst du? Was für ein Abkommen? Wir arbeiten für sie und sie sorgen dafür, dass wir keine Probleme aufgrund unserer Vergangenheit in der Sträflingskolonie haben. Du redest vom Ring des Wassers? Du hast schon davon gehört? Vatras hat mir davon erzählt. Sag das doch gleich. Hm. Okay, dann lassen wir uns doch mal noch ein bisschen was über den Ring des Wassers erzählen. Erzähl mir mehr über den Ring des Wassers. Der Ring ist für die Wassermagier das, was die Paladine für die Feuermagier sind. Aber im Gegensatz zu den Paladinen arbeiten wir im Hintergrund. Der Ring ist eine mächtige Waffe im Kampf gegen die Gefahren, die den Menschen von Korinis drohen. Aber das kann nur funktionieren, wenn wir geheim halten, wer alles zum Ring des Wassers gehört. Deshalb behalte die Sache für dich. Klar. Natürlich, weil ich die Sache für mich. Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. Das ist gut. Aber die Entscheidung darüber, ob du aufgenommen wirst, liegt einzig und allein bei den Wassermagiern. Hm. Wie können wir die denn beeindrucken? Vatras hat es uns schon gesagt. Wir sollen das Rätsel um die verschwundenen Leute lösen. Aber mal gucken, vielleicht hat Lars ja noch eine andere Idee. Was hast du gemacht, um die Wassermagier zu beeindrucken? Ich habe sie eine lange Zeit über beschützt, als wir noch unter der Barriere gelebt haben. Und sie hatten allen Grund, mir dafür dankbar zu sein. Tja, kann ich mir vorstellen. Aber... Du, Laris, sag mal. Wie ist das so, zum Ring zu werden? Wir unterscheiden uns wesentlich von den üblichen Gemeinschaften, denen du hier in Korinis beitreten kannst. Wenn du erstmal zu uns gehörst, werden wir nichts von dir verlangen, was du nicht selbst bereit bist zu tun. Das Einzige, was von dir verlangt wird, ist dich zu halten. Wir wirken im Verborgenen und wollen nicht, dass Außenstehende wissen, wer zu uns gehört. Wir werden dich im Auge behalten. Alles weitere wird sich zeigen. Verstehe. Verstehe. Okay. Das haben wir schon gefragt. Das lassen wir mal noch. Das lassen wir auch mal noch. Wir möchten auch gerade nirgendwo hingehen. Aber vielleicht weiß er was über die Diebesgilde. Weißt du etwas über eine Diebesgilde in der Stadt? Du kannst Fragen stellen. Natürlich gibt es eine Diebesgilde hier, wie in jeder größeren Stadt. Und jeder kleine Taschendieb oder Hehler hängt wahrscheinlich irgendwie mit drin. Hm. Aber wo sind die Jungs? Weißt du, wo ich die Diebesgilde finden kann? Nichts gegen dich. Aber wenn ich es wüsste, würde ich es dir nicht sagen. Diese Leute reagieren für gewöhnlich sehr empfindlich auf sowas. Wenn du dich mit ihnen einlassen willst, wäre ich sehr vorsichtig. Ja, das glaube ich dir. Okay. Baden war das Gespräch mit Lars hier mal. Und dann würde ich sagen, Baden war die Folge von heute. Ist wieder etwas länger geworden, als ich es eigentlich vorhatte. Ähm. Deswegen. Gehen wir mal nochmal hier rum. In Richtung Fällan. Wenn wir dann in der nächsten Folge ein bisschen verprügen wollen. Ich glaube, der hämmert auch nachts durch, oder? Ja, der hämmert auch nachts durch. Also das Hafenviertel ist wirklich komplett umgebaut worden. Aber ich finde es gut. Wer läuft denn da so komisch in der Gegend rum? Brahim. Okay. Den werden wir dann auch in den nächsten Folgen noch kennenlernen. In der nächsten Folge werden wir uns aber zunächst mal um Fällan kümmern. Vielleicht können wir ja dann irgendwo quasi das Metzgern lernen. Müssen wir dann mal schauen. Auf jeden Fall haben wir wieder einiges erfahren. Haben ein bisschen was gemacht. Wirklich nur ein klein bisschen was. Und haben wieder deutlich mehr Aufgaben erhalten, als wir eigentlich gelöst haben. Darf ich bei euch für's Zuschauen wieder recht herzlich bedanken. Hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Wenn wir uns in Federn kümmern. Wenn wir dann versuchen werden, auf die Jagd zu gehen. Dazu müssen wir Bartok nochmal kurz interviewen, warum es draußen so gefährlich geworden ist. Und. Dann würde ich sagen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Fürs Zuschauen. Oder Zusehen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Und in diesem Sinne. Ich wünsche euch was. Bis denn.